Herzlich Willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren hier in der Hoffentlich Tour Schweizer Meisterschaft 2018 Wir befinden uns in Losers Brackets der Damen im vierten Final Die Siegerinnen stehen im Halbfinal, die Verliererinnen beendt die Schweizer Meisterschaft auf dem fünften Änder Wir begrüßen die beiden Teams, das Team in der Spielerin mit der Mainz Sie kommt aus Saarinenpist, eine Metz 71, ist 26 Jahre und das ist Dine Secker Und nach ihrer Seite mit der Nummer zu aus Breitzenbach, eine Metz 80, groß 38 Jahre und weißer Piedi Jorge Und Ihnen gegenüber eine gewünschte Spielerin mit der Mainz Letztes Jahr gab es hier für Sie die Bronze Medaille für den Schweizer Meisterschaft Sie ist siebenfache Junioren-Schwalzer Meisterin, mehrere Co-Peach-Tours Sieger Die Goldmedaille Gewinnerin von all den European Games in Backel Aus Steinhausern, 1,83 Meter groß, 23 Jahre, Nicky Eiholzer Und nach ihrer Seite mit der Nummer 2 Den fünften Änderung gab es dieses Jahr beim FABB Freestyle in Merci Und erst letzte Woche gab es die Bronze Medaille beim FABB Freestyle in Montpellier Sie kommt aus Braunfeld mit 1,80, ist 23 Jahre und Applaus für Elena Steinemann Und dieses Spiel wird gereizt von der ersten Schiedsrichterin Patrizia Waldbogel Und sie wird auch noch unterstützt vom zweiten Schiedsrichter Mathieu Grün Und das ist es schwierig die Bronze Medaille für die Bronze Medaille Bühne Sänger bei Sabielli Trocken. 2.5 3.5 3.5 3.5 4.5 3.5 Und er ist aus dem 2.2. Und das ist Nikia Hota auf der Block. Und das ist der Ausgleich, 3-3 zu 3. Und das ist der Seitenwechsel, Siepport.